Die Extraklasa 2008-09 war die 75. Auflage der höchsten polnischen Spielklasse im Fußball. Sie fand vom 8. August 2008 bis zum 30. Mai 2009 statt. 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Für einen Sieg gab es drei, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Meister wurde am Saisonende die Mannschaft mit den meisten Punkten absteigen, in die mussten die beiden Mannschaften mit den wenigsten Punkten. Aus der 2. Liga 2007-08 waren vier Klubs aufgestiegen. Lechia Gedenz, Lask Wroclo, Piast Gliweis und AKG Dünja, welche den Absteiger Witscher Flotz sowie die drei durch Korruptionsaffäre bestraften Vereine Zagelbi Sosnovic, Zagelbi Lobin und Koronag Jelze ersetzten. Aus der Extra Klasa 2008-09 qualifizierte sich der polnische Meister für die zweite Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2009-Zehntel. In der UEFA Europa League 2009-Zehntel startet der Tabellenzweite, der Tabellendritte sowie der Pokalsieger, in dem Falle der Tabellenvierte. Da Lechposen den polnischen Pokal gewonnen hat, startet der Verein in der dritten Qualifikationsrunde und Vizemeister Legia Warschau in der zweiten Qualifikationsrunde. Entscheidungen Polnischer Meister 2008-09 wurde Wiesler Krakau, Vizemeister wurde Legia Warschau. Für die UEFA Europa League sich Lechposen. Polonia Warschau konnte durch den Pokalsieg von Lechposen sich den vierten europäischen Platz sichern. Sportliche Absteiger waren Kratzowia, Krakau und Gornik Zabje, welche jeweils am letzten Spieltag den Klassenerhalt nicht mehr realisieren konnten. Allerdings wurde LKS Lotz auf den letzten Platz der Tabelle gesetzt und die Lizenz entzogen. So dass Kratzowia, Krakau sich am Ende am grünen Tisch den Klassenerhalt sicherte. Der Traditionsverein Gornik Zabje hingegen musste in die zweite Liga absteigen. Ebenso wurde dem Zweitligameister Witscheflotz die Lizenz und damit der Aufstieg in die Extraklasa verwehrt ein Einspruch von Witscheflotz gegen. Diese Entscheidung wurde abgelehnt. Die geplanten Relegationsspiele fanden nicht statt. Durch die vorgenannte Situation ergaben sich folgende Aufsteiger. Abschlusstabelle Zwei LKS Lotz wurde die Lizenz entzogen und auf den letzten Platz gesetzt. Torschützenliste Zwei LKS Lotz